So, dann, ich brauche Holz, haben wir hier, ich brauche das, oh Gott, das nicht und ich brauche Clean Stone, das und das, doch ich brauche welche davon, das war für die Afga Angel Farm. Hey Spinne. Alter, nicht mal einen Faden getroppt, ey, was für ein Dulli. So, dann einmal hier hoch. So, wo kommt jetzt das hin? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Das, dann, brauche ich, oh, jetzt habe ich den Smoothstone vergessen. Tü, 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 tü. Äh. Hä? Ich habe doch Optifine drin, ne? Controls. So, so liegt das auf der C. Tü, 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 tü. Smoothstone, 1, 2, 3. So. Clean Stone, genau. Ach, das waren, das waren jetzt die Feilchen. Oder? Ja, mal gucken. Mal gucken. Kinn. So. Clean Stone, Clean Stone, Clean Stone, Clean Stone. Das. Ähm, eine Fackel. Ehe. Tat, 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 tat. Äh, 1, 2, 3, 4. Shit, ich brauche mehr. Ich brauche ihn mehr, ich brauche ihn mehr. Die 4er und das, d.h. ich kann noch einmal nicht rattern lassen, so hat man die 4er, hier unten drin, oh, ja gut, gucken ob das wirklich klappt mit der XP-Farm hier, ne, klappt in meinen Augen überhaupt nicht. Das klappt überhaupt nicht. Einmal hier hoch. So, dann nehme ich mit, kann ich dann nämlich dort setzen. So, das und, ey, das. Das und das. So, ne, falsch rum. Da und dorthin. Ich brauche noch ein paar davon. Ne, hier, ich habe doch dort 1, 2, 3. So. 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 So.... The ender, den da. Deend er und den da. Genau. Das, das und das. Das, das und das. Das, das und das. 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 So, dann das. Dann brauche ich jetzt diese hier. Das dahin. Der kommt dann dahin. Hier oben brauche ich wieder das. So, so, so. Jetzt haben wir uns tatsächlich verbaut. Oder? Hell, hell, hell. Dunkel, dunkel, hell. Der da muss weg. Der da muss weg. So, so, so. Ähm. Stopp. Oh Gott. Ich muss erst mal lunzen hier. So, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ähm. Da hin. Da, 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 da. Das gleiche spielt jetzt hier nach unten. Was wüsste einfach wird. Füllen wir dort runter? Ja, doch. Geht. Nein. Autsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gucken wir uns gleich an, wie es aussieht. Ja. Sieht doch nice aus. So, lass mal die Titter auch. Da weiß jeder jetzt, äh, wo er zu farmen hat. Ja. Dann kann ich jetzt noch in der Angelfarm unten die Hopper setzen. Mal lunzen, was das alles schon geangelt hat hier. Nur Crap. Äh. Da ist, da ist die Kiste. Ähm. Da bin ich wieder. Ja. Habe ich jetzt einfach nur den Spott hier geangelt? Ja. Oder hast du jetzt schnell was gemobst? Nein. 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 Ich habe Video noch an, das siehst du sogar alles. Was hast du jetzt noch? Ach, noch weiter. Die Erweiterung, genau. Weil ich bin mit dem Dings fertig. Was heißt Dings? Na hier. Wo saß, wo war man vorhin drinne, äh, Mienhäuschen. Ich habe es ein bisschen verschönert. Was denn? Mienhaushalt. Sieht geil, aber übertrieben riesig aus. Ach, finde ich nicht. Und warum nicht aus Diablocken? Äh, spendierst du sie? Naja, es gibt so viel glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich komme gerade mal auf einen Diablock, wenn ich gut bin. Hier hin. Hier möchte man mal eine Fackel setzen. Also, ich habe das mal mit dieser XP-Fahr mit dem automatischen Ofen versucht. Klappt bei mir nicht. Ich brauche sie auch nicht. Unbedingt. Na, ich hatte mehrere Stacks, äh, Kabel durchgebrannt, so Cleanstone. Ja. Hab dann nochmal, äh, Kabel reingeschmissen, das nochmal durchgebrannt wird. Hab das dann aber instant rausgeholt, bevor es ein Hopper ging. Nö. Hab gerade mal ein Level gekriegt. Also, bei mir will das nicht so wirklich. Hm. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass du den Hopper nicht abbaust. Ähm. Fack, fack. Du bist ein Bug. Halt, Minecraft ist ein Bug. Halt, Minecraft ist ein Bug. Das B in Minecraft steht für Bug frei. Würde Olaf jetzt wieder sagen. Oh. Aber hey, der Minenschacht, der hier unten gerade aufgetaucht, der ist noch ungelootet. Oh, Spawner. Hm? Äh. Du bist doch nicht in der Mine. Du hast bei mir was reingegraben hinter der Arztatfarbe. Ähm. Der Minenschacht geht hier unter der Angel Farm noch weiter und ist sogar hier unten noch teilweise umgelootet. Okay. Gleich mal looten gehen. Hm. Das kann da wieder rein. Wollen wir lange schlafen, oder? Ich... Kann grad nicht. Um ehrlich zu sein. Ja. Aber ich kann ja hier die Wails mitnehmen. Fällt mir auf. Wenn wir zu viele bauen, ja, wäre nicht schlecht. Und die Level nehme ich natürlich alle mit. Wenn ich nicht voll wäre. Äh. 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 So. Das hier... Ich tue das, was ich am besten kann. Rennen! Und... Sinnlos farmen? Nö, ähm. Dings muss fertig machen. Mein kann. Achso. Ich höre hier die ganze Zeit Mobs. Das ist nicht gut. Hm. Da muss ich Justin fragen, wie man das macht. Ähm. Oder Ike, weißt du... Du... Ein Hopper, den ich drunter setze, geht ja immer nach unten. Ein rumgedrehten Hopper gibt's nur in Minecraft. Nee. In Minecraft geht's nur nach unten, nach hinten, vorne, äh, links und rechts. Ey, der Kacke, dann ist die Kiste im Boden. Ja, das ist dann Standard. Gibt's da nicht eine Möglichkeit, das zu unterbinden? Nein. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Alter, das Gnet zieht mir zwei Herzen ab. Ernsthaft? So, da ist es tot. Ich hab einen Spawner Raum gefunden. Warte, 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 warte. Ich muss ganz kurz wegrennen. Ich hab den Spawner auch schon abgebaut. Ich muss ganz kurz wegrennen und wrecken. Oh! Arschloch! Der kam von da! So, zu. Da kommt kein's mehr durch. Ich muss ganz kurz... Geistes will Scheiße. Ja, hau mit nem Block auf'm Skelett ein, dolly. Schnell zurück zum Spawner Ist ein Skelett Spawner Gar nicht von so schlecht Aber es ist halt auch der gefährlichste Wird es ihn eigentlich abbauen? Der wird abgebaut und kommt mit in die Farm rein Klar Wenn wir irgendwann mal ein Häuschen mit einer Ach du Scheiße Ich glaube ich habe noch einen Spawner gefunden Ich baue das hier gerade mit Stonebricks zu Ich Dully Ach ne das ist das von gerade eben was ich schon gefunden habe Das heißt Oh ne da ist doch ein Spawner Ich muss mal ganz kurz hier Die Kiste setzen wo ich alles rein mache Aber ich habe wieder 50 Rails Und auf ein neues Wo war jetzt das Loch da Wo war jetzt das Loch da Leck mich fett Leck mich fett Passen die durch ein Blöcke Ja scheiße ich komme dann Da ist scheiße Und nichts Ne Ja die passen durch den Block durch Durch eine Half Slap nicht Das Problem ist ich komme nicht da runter mein Zeug holen Echt so gleich Ne ne ich mach das alleine Rüstung Rüstung Schwert Allein wie gesagt Ich komme nicht da runter um mein Zeug zu holen Und dann Ja ich mache es alleine Ich bin jetzt ohne was runter Weil sonst die spawnen die Mobs ja immer Problem ist nur das eine Skelett jetzt da unten Müssten sie eigentlich doch auch hier tun Bei der Farm die wir bauen Da kommt Trapdoors hin Da passiert da nichts Nein ich meine dass die die spawnen Müsste eigentlich ja auch bei uns Also in diesem Fall jetzt bei deinem Tod passieren Dass die wechseln wenn du wieder kommst Nein sind sie nicht Leck mich am Arsch ey Leck mich fett 2 Axt auf 3 Schaufel 4 Das Schwert dahin Das dahin Das alles dahin Blöcke dahin So Arschlecken Grabe ich jetzt seitlich zum Spawner Oh Das war nicht seitlich Das war in die Angel Farm rein Nein Aber hier kann ich kaum webs farben So So ich falle jetzt so einfach in die Mino rein Fick nicht Wenn dann nicht ne Halbes Herz Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das